Er fühlte sich plötzlich unfähig, das Wesentliche am Gespräch mit der Nathalie vom Unwesentlichen zu scheiden und wusste nicht weiter. Zaghaft begann er, »Sie hat was mit den Nagelreiters zu tun gehabt?« Die Frau Doktor vollführte eine ungeduldige Handbewegung. »Weiter? Weiter?« Gasparlmeier fühlte sich ein wenig gestärkt, rückte weder nach vor, dass sich der Zeigefinger der Frau Doktor in ihre verschränkten Arme zurückgezogen hatte. Dennoch entging ihm nicht, dass sie ungeduldig mit dem rechten Fuß wippte, den sie über den linken geschlagen hatte. »Schade«, dachte Gasparlmeier, davon neuerlich abgelenkt. »Der Rock und die Schuhe von gestern waren doch viel ansehnlicher gewesen als die plumpen Sporttreter und die ausgebleichten Jeans. Also«, begann er neuerlich, »die Nathalie hat was mit dem Stefan gehabt. Die sind ein paar Mal Boot gefahren«, hat sie gesagt, »und der Stefan hat gesagt, dass er sie liebt und dass sie mit ihm nach Wien kommen soll. Weil hier in Altaussee doch alle so rückständig und ihre Eltern überhaupt das Letzte sind«, meint die Nathalie. »Und sie hat auch angedeutet, die Nathalie, dass sie schon mit dem Stefan Gasparlmeier konnte nicht so einfach in die frische, warme Luft des Gastgartens vom Jagdhaus hineinsagen, dass die Nathalie mit dem Stefan geschlafen hatte.« Die Frau Doktor hatte es aber auch so verstanden. Der Kals Friedrich bekam große Augen. Fast schienen sie ihm aus den Höhlen heraus zu quellen. Gasparlmeier und die Frau Doktor riss es förmlich von ihren Sesseln, als der Friedrich die Faust krachend auf den Tisch niederfahren ließ. »Ja, der Saubartl, der Schlechte, die Sauzeichen, die Geile, der Bazzi, der Schlechte, der Wiener!«